... in alten Sachen zu kleben. Seine neue Platte heißt Intolerance. Ist das für ihn etwas Gutes oder etwas Schlechtes? Es gibt ja Leute, die bezeichnen Toleranz als eines der größten Übel unserer Zeit. Leben und leben lassen, das ist Toleranz. Wirklich schlimme Sachen wie Rassismus, Sexismus, Kinderfeindlichkeit oder Tierquälerei, das sind Dinge, die man nicht tolerieren darf. Grant Hart hat ja nach dem Hüsker-Dü-Split sehr offen über seine Drogenprobleme gesprochen. Es hat mich sehr gewundert, weil ja viele ihm die Schuld an der Auflösung der Band gegeben haben. Er sagt, es sei ihm lieber, die Leute hören das aus seinem Mund, als von seinen Ex-Band-Kollegen. Also haben sie kein gutes Verhältnis mehr? Er liebt die früheren Mitglieder von Hüsker-Dü und diese ganzen Gerüchte und Spekulationen, was wäre, wenn Grant und Bob sich treffen, machen ihn sehr traurig. Was würde passieren, wenn Grant in Bob ran? Und es... Es macht mich sehr traurig. Heute spielt er mit den Strangemen und Beckmann, früher bei den Rainbirds. Wie kam denn das zustande? Also hier kommt jetzt eine kleine fiese Schwendelei. Grant Hart behauptet, dass er und Rudy von den Strangemen sozusagen in einem Sandkasten gespielt haben. Er lügt, er sei in Hamburg geboren, seine Eltern seien gestorben, als er sieben Jahre alt war und man habe ihn adoptiert. Er habe damals bei Rudy um die Ecke gewohnt und sie haben zusammen Eishockey gespielt. Nicht zu glauben, ohne rot zu werden, erzählt der mir hier Geschichten. So eine neue Platte Intolerance. Sie ist melodisch, recht romantisch. Es sieht so aus, als stünde er zur Zeit eher auf der harmonischen Seite der Dinge. Also, da sind Harmonie und Discord. Manchmal ist auch Discord sehr harmonisch. Vielleicht wird seine nächste Platte wieder sehr unharmonisch. Man weiß es nie. Grant Hart war ja der erste Ex-Fiskal-Dü, der wieder aufgetaucht ist, letztes Jahr mit einer EP, 2541. War das der Ehrgeiz, Bob Moles zuvor zu kommen? Er muss Musik machen. Er wollte sich auch irgendwie beweisen. Nachdem alle so schlecht über ihn geredet haben, er sei drogenabhängig und so weiter, wollte er zeigen, dass er funktioniert. Warum spielt er jetzt nicht mehr Schlagzeug? Das Leben ist zu kurz, um immer dasselbe zu machen. Außerdem ist er nicht nur ein Schlagzeuger, sondern eigentlich eher Songwriter. Würde es denn eine richtige Tour geben? Ja, man hofft so Mai oder Juni 1990. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.